Wenn du auf Unterstützung angewiesen bist, dann fällt dir das Laufen in Brooks Alignalin besonders leicht. Er ist ein Paradebeispiel für Stabilität, Dynamik und Komfort und er sieht dabei noch gut aus. In der ASR Variante ist die Sohle stärker profiliert, das heißt sie bietet dir im Gelände und auf rutschigem Untergrund einen besseren Tritt. Zudem ist sie auf Langlebigkeit und Flexibilität ausgelegt. Die Crashpads sind so aufgebaut, dass dein Fuß von der Ferse bis zu den Zehen Bodenkontakt hat. Die DNA-Zwischensohle passt sich deinen Bewegungen an und gibt dir bei jedem Tempo einen geschmeidigen Laufkomfort. Bekannt ist der Adrenalin vor allem für seine Stabilität. Die innenseitige Unterstützung verhindert ein zu starkes Einknicken deiner Füße, ohne dabei den natürlichen Bewegungsfahrt zu verlassen. Im Obermaterial verwendet Brooks ein Mesh, das einen guten Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet. Beim ASR schützt sich das Obermaterial zusätzlich vor Regen und Schnee. Die Technologien dieser Schuhe greifen perfekt ineinander und machen den Brooks Adrenalin zu einem Wohlfühlpaket. Du bekommst ihn in deiner Runnerspoint-Filiale oder hier online unter runnerspoint.com. Musik 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 Musik